Moin ihr Lieben! Heute häkeln wir zusammen den kleinen Jack und dafür braucht ihr Baumwolle, einmal eine Panzerfarbe, ich habe hier Taupe benutzt und für die Patches Schlamm, dann brauchen wir eine Bauchfarbe, da habe ich Honig benutzt und eine Körperfarbe, da habe ich das Gelbgrün von Schachmeier-Cartania benutzt und ich habe hier bei dem nochmal so ein Fadenrest für die Krallen benutzt, ihr könnt aber auch eine der vorhandenen Farben nehmen. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Füllwatte und ein bisschen was, um die Augen aufzusticken. Wenn ihr Sicherheitsaugen benutzen wollt, dann braucht ihr noch zusätzlich Sicherheitsaugen, ich habe hier die 10 mm genommen, die passen eigentlich ganz gut von der Größe her. Da am Ende alle Teile zusammen gehäkelt werden, ist es ganz wichtig, dass ihr euch an die Reihenfolge haltet und ich fange mit dem Kopf an, da arbeiten wir wieder mit dem Magic Ring und da kommen 6 Festmaschen hinein. In den nächsten 3 Reihen werden wir jetzt aufsteigende Verdoppelungen arbeiten, also in die 2. Reihe kommen jetzt 2 Festmaschen in jede Festmasche. In Reihe 3 kommt eine Festmasche und eine Verdoppelung im Wechsel. In Reihe 4 arbeite ich jetzt 2 Festmaschen und eine Verdoppelung im Wechsel. Die 5. Reihe wird jetzt ohne Verdoppelung gearbeitet, da kommen einfach 24 Festmaschen hinein. In Reihe 6 arbeite ich jetzt erst 6 Festmaschen. Und dann immer 2 Festmaschen und eine Verdoppelung im Wechsel. Also 1, 2, eine Verdoppelung und dann wieder 1, 2 und die Verdoppelung. Und immer so weiter bis die Runde zu Ende ist. Auch Reihe 7 startet mit 6 Festmaschen. Und jetzt werden immer 3 Festmaschen und eine Verdoppelung im Wechsel gearbeitet. Also erst 1, 2, 3 Festmaschen und in die nächste kommt die Verdoppelung. Und dann wieder 1, 2, 3, Verdoppelung und immer so weiter. Für Reihe 8 habe ich mir jetzt mal so ein Stückchen Faden zur Seite gelegt. Damit werde ich gleich die Augen markieren. Das kann einfach so ein Fadenrest sein, den ihr noch irgendwo liegen habt. Und den benötigen wir dann gleich, um die Position festzulegen. Wir starten Reihe 8 mit 6 Festmaschen. Und jetzt arbeiten wir jeweils 4 Festmaschen und eine Verdoppelung im Wechsel. Und markieren uns die zweite Verdoppelung und die vierte Verdoppelung. Wir arbeiten 1, 2, 3, 4, die Verdoppelung. Und jetzt nochmal 1, 2, 3, 4. Und dann mache ich das so, dass ich die erste Verdoppelungsmasche schon arbeite. Und jetzt lege ich mir den Faden hier zwischen. Einfach hier so neben die Masche und arbeite jetzt die zweite Verdoppelungsmasche. Und damit hält mein Faden jetzt hier fest. Der kann hier einfach so ein bisschen runterbammeln. Jetzt arbeite ich noch die dritte Verdoppelung. 1, 2, 3, 4, verdoppeln. Und jetzt kommt noch 4. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier eine Verdoppelungsmasche hin. Und dann nehme ich einfach den Fadenrest und führe den wieder hier neben die Masche. Und arbeite die zweite Festmasche der Verdoppelung. Und dadurch hängt jetzt hier der Faden an beiden Seiten raus. Und da müssen später dann die Sicherheitsaugen angebracht werden. Jetzt arbeite ich noch die restlichen Verdoppelungsblöcke. Und man sieht schon so ein bisschen, wie die Schnauze ihre Form bekommt. Die Augenpositionen sind festgelegt. Jetzt häkele ich Reihe 9 bis Reihe 18 ohne Zudeabnahmen jeweils 42 Festmaschen in die Reihe. Wenn die 18 Reihen abgehegelt sind, wird es Zeit, die Sicherheitsaugen anzubringen, wenn ihr welche verwenden wollt. Weil ansonsten nehme ich gleich kein Platz mehr ist im Kopf. Also einfach reinstecken. Und mit der Sicherheitsscheibe fixieren. Ab Reihe 19 wird jetzt wieder abgenommen. Wir starten mit 5 Festmaschen und einer Abnahme. Und so nehmen wir Reihe für Reihe ab. In Reihe 20 werden 4 Festmaschen und eine Abnahme im Wechsel gehäkelt. In Reihe 21 3 Festmaschen und eine Abnahme. Und in Reihe 22 2 Festmaschen und eine Abnahme. Nach den Abnahmereihen kommen jetzt noch 4 Reihen mit jeweils 18 Festmaschen. Also Reihe 23 bis 26, 18 Festmaschen. Nachdem Reihe 26 abgeschlossen ist, kann ich das Ganze jetzt abketten. Und kann einen relativ kurzen Faden lassen, weil wir den Kopf nicht annähen müssen. Das heißt, ich mache in die nächste Masche eine Kettmasche, ziehe das hier durch und schneide den Faden recht kurz ab. Und dann ist der Kopf auch schon fertig, kann befüllt werden. Achte beim Füllen darauf, dass die Füllwatte auch gut bis hier vorne in die Schnauze gelangt. Ansonsten wird die nämlich nachher ein bisschen platt gedrückt. Also ruhig bis vorne in die Spitze hineinfüllen und ordentlich ausstopfen. Also den Kopf gut ausgestopft, muss jetzt noch die Kopfpartie ein bisschen ausgeformt werden. Und dazu werden wir gleich einen Faden nehmen und werden die Augen ein bisschen zusammenziehen. Ich nehme zum Ausformen immer einen körperfarbenen Faden, damit, falls da mal unter dem Auge was rauslunzt, dass man das nicht so sieht. Und ich nehme eine sehr lange Puppennadel. Falls ihr keine lange Puppennadel habt, könnt ihr natürlich auch mit der Stopfnadel arbeiten. Und jetzt gehe ich hinten durch den Hals in den Kopf hinein und komme rechts neben dem Auge wieder heraus mit der Nadel. Ihr könnt das hier sehen. Einmal rechts neben dem Auge komme ich heraus, ziehe den Faden durch, lasse hinten ein bisschen was zum Verknoten raushängen. Und jetzt gehe ich auf der linken Seite des Auges, gehe ich jetzt wieder rein und zwar hier und führe die Nadel auf die andere Seite, auf das andere Auge. Einmal so durch. Den Faden, den führe ich jetzt hier oben über das Auge und das kann man auch, wenn man es ein bisschen anzieht, kann man das direkt hinter das Sicherheitsauge führen, bis das hier richtig schön hinter dem Auge verschwunden ist. Und jetzt gehe ich auf der anderen Seite, bin ich jetzt hier rausgekommen und gehe auf der äußeren Seite wieder mit der Nadel hinein, ungefähr auf der Höhe, wo ich hier auch war, steche hier ein und führe die Nadel wieder nach hinten durch den Hals raus. Und auch hier führe ich den Faden über dem Auge weiter, damit der so ein bisschen verschwindet. Wie gesagt, das kann ein bisschen schwer gehen, wenn man so super Sicherheitsaugen hat. Ein bisschen prökeln, bis man das hier hinter geschoben hat und dann kräftig nach hinten wegziehen. Ja, Vorführeffekt. So. So. Jetzt kann ich die beiden Fäden nehmen und kann die nach hinten wegziehen und dadurch zieht sich das Gesicht so ein bisschen zusammen, weil der Faden ja hier durchgeht. Jetzt ziehe ich das hier hinten so weit wie möglich zusammen, damit ich das Gesicht so ein bisschen ausgeformt bekomme. Ihr könnt auch, wenn die eine Seite weiter eingedrückt ist als die andere, könnt ihr einfach auf der anderen Seite des Fadens ein bisschen ziehen. Und am Ende, wenn das die Form hat, die ich haben möchte, dann verknote ich das hier hinten kräftig im Kopf. Na, komm hierher. So. Und mache da auch ruhig mehrere Knoten rein, damit der Knoten auch sich nicht lösen kann. Und die gesamte schöne Formung dann verschwindet wieder. Die restlichen Fäden kann ich jetzt einfach hier kurz abschneiden. Und dann kann ich das Ganze hier drin verstecken. Und schon ist mein Kopf ausgeformt. Ein bisschen die Fusseln entfernen. Und dann haben wir schon das kleine Schildkröten-Gesicht. Und wenn wir schon dabei sind, bringen wir auch gleich noch die Augenbrauen auf. Dann ist das auch gleich mit erledigt. Und der Faden dafür kann auch im Hinterkopf verschwinden. Und auch hier gehe ich wieder von hinten durch. Schaue ungefähr, wo ich rauskommen möchte mit meiner Augenbraue. Das kann man sich auch vorher mit einer Sicherheitsnadel ein bisschen anmarken. Und dann komme ich hier einmal raus. Faden hinten ein bisschen was übrig lassen zum Festhalten. Und dann setze ich meine Braue. Machen wir jetzt mal ein bisschen kleiner. Und dann versuche ich auf der anderen Seite an derselben Position rauszukommen. Wie gesagt, wenn ihr euch da noch nicht ganz sicher seid, benutzt gerne Sicherheitsnadeln, um euch das so ein bisschen abzustecken. Dann geht es etwas leichter und dann findet man besser die Position. Ich habe das jetzt hier schon so häufig gemacht, ich kann das aus dem Kopf. So, und dann haben wir schön Augenbrauen. Und auch die kann ich jetzt hier hinten verknoten. Bei Bedarf einfach noch ein bisschen festziehen, wenn man die noch ein bisschen reingezogen haben möchte. Und dann auch hier einfach wieder verknoten, festziehen und die Reste einfach hier im Kopf verschwinden lassen. Und ruckzuck ist das hier auch fertig. Den Schnippel hier vom Abketten, den kann ich auch mit hier reinstecken. Na, jetzt geht er rein. Und dann fülle ich den Hals noch vollständig. Der wird später nicht zusammengefaltet, wie man das von vielen Teilen kennt, sondern der bleibt genau so. Deswegen kann ich den auch ruhig bis zum Anschlag füllen. Und den dann beiseite legen. Und dann geht es im nächsten Schritt weiter. Und dann geht es im nächsten Schritt weiter.